hallo liebe freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge pharma drama usa so wir haben hier gerade das angebot von der stadt gekriegt das feld 69 und die 64 65 blablabla habe ich das wert war super aber ich krieg das nicht hin es sei nicht wird jetzt alles mit raps voll knuppen aber ich denke mal dass das kriege ich nicht gebacken so schnell gehen wir das nicht gebacken jetzt war super aber ich glaube das wird nichts weil ich die von mir ja auch noch die sind noch nicht einmal gemulcht fertig glaube ich geschweige denn die grubert oder sonstwas das krieg ich niemals hin das glaube ich nicht haben im quartal das gebracht jenzig gut da kommt man mal was reinkriegen hier deckel schon auf von hand wie gut gefrühstückt hast ich glaub's ja nicht wie soll ich das denn machen hallo ja wie geht's dir gut da ist kalt wie mittagspause oder äh nee feierabend nee auch nicht kalt ganz kalt ganz kalt ok dann tue weiter da mal dran ja wo bist du denn ich bin am hof wunderbar das fährt aber nicht was fährt die das fährt da nicht da das fährt da nicht da das fährt da nicht da das fahrzeug ist hängengeblieben das fahrzeug ist hängengeblieben auch dein auto ist hängengeblieben mit meinem auto fahre ich sie ja nicht für die firma achso welches hast du denn was ist denn kaputt gegangen der gator der was der gator der kleine dreckskrempel da der dein traktor naaa das kleine baggeauto was wir da holen oder was das ist der krempel war der kleine spielzeugauto da krempel bagger ja steht halt da unten auf der straße mir scheißegal ah ok ja wer ist denn in der nähe da irgendwo vielleicht irgendwo was keiner da keiner da hey froh dass ich überhaupt arbeite ja 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 bist du dann auf dem weg zur arbeit bist du dann auf dem weg zum hof gewesen oder auf dem weg wieder weg zum hof zum hof wenn ich das vater geholt habe ah du bist doch gar nicht auf dem hof gewesen ok ähm ja das ist jetzt etwas schwierig tja wie mache ich das jetzt am dummsten ich würde dir den fergusonder hinschicken ging das egal ich bin aber dort ja doch du musst natürlich dabei stehen bleiben du musst ihm erklären was da los ist ich weiß es ja nicht ja ok steht auch nach der straßen wo soll denn jetzt stehen ich muss dann dings an den ferguson anrufen das nützt ja nichts ich kann jetzt auch nichts machen was ich machen jetzt ja mein gott ja guten tag ja guten tag müller du die angerufen irgendwo hat sie ein kleines gerümpel fahrzeug von uns irgendwo stehen auf der kreuzung unterhalb des hofs glaube ich irgendwo auf der kreuzung und der geht nicht mehr der ist kaputt oder ich weiß nicht was er hat keine ahnung ich verstehe ihr bayerisch auch nicht oder ihre komischen dialekt was er da hat ich verstehe es nicht Fahrzeug oder ja genau ich weiß es nicht im bagger oder ein kleines geschnacke gekracksel irgendwas ja wo bist du denn ich bin auf feld 32 war nämlich auf feld 70 da sind ja schwer am gange die zwei sachsen ja ich hoffe oder eine steine am sandel der andere ich hoffe auch dass die das richtige ansehen wenn da irgendein halm mit irgendeiner andere frucht drauf gesehen wird dann schlage ich so freck warte ich geh mal grad gucken ich bin grad da drauf da muss raps hin sieht nach raps aus äh müller hörst du mich du bist grad am telefonieren ja ich hör dich ah wo bist du auf feld 32 da wo eigentlich meine Mitarbeiter sein sollten ach dann bist du das mit dem komischen Striegel hier jawohl ja ich hab Zeit ich bin grad im Trecker hier deine Baustelle soweit durch erstmal aha sind wir wieder nüchtern oder was ja ja so gut wie zwei Stunden Schlaf reicht doch oder ja vom Jost bestimmt noch viel weniger zu ähm ja ich bin eigentlich soweit durch wir müssten unbedingt die anderen Felder von uns mal äh flügen grobern irgendwas theoretisch können wir die doch alle ansehen schon warte mal das kann ich ferguson die können wir dann normalerweise direkt äh mit der Direktsart ansehen oder komm dran was du rein mann willst ihr raps alle raps nein nicht alle aber wir können anfangen ja ich weiß ja nicht welche noch geflügt werden müssen davon ja dann müssen wir das vorher mal gucken ich sag mal so die äh Kleiderin hier vorne die 26 27 28 die können wir auf jeden Fall mit raps voll machen ähm feld die sind gerubert geflügt feld 39 müssen noch geflügt werden ja ich sag jetzt mal 26 27 28 können wir auf jeden Fall mit raps ansehen weil die sind schon geflügt ja der eine fällt noch brauche noch Kalk eh 27 ja dann müssen wir doch vorher Kalk drauf machen ähm ja ich hab jetzt äh bin jetzt auch am Weg zum Hof gell äh und da muss ich gucken genau ich würde dann Kalken unter anderem richtig zum Beispiel ihr schickt ja ja den den Doktor jetzt hoch mit äh mit äh mit äh mit der Maschine ne direkte halt also ja weil die sind ja alle geflücht aber sollen irgendeine Maschine genau oben steht ja noch einer ja ja gut ich mach den Bescheid ok du dies hat hier fahrzeuge vom lu oder was und alles schönen brav abgeschlossen ernehmer quartier zu den fahren naja dass du deinen mitarbeitern das stamm erfreuen warum naja weil der den damals geklaut hat bastian guter fahrt oder das quad den traktor und womit alles durchgegangen gefahren ist im such hat keiner was geklaut genau sieht aus du könntest zum hof fahren wenn du willst mit deinem träger oder wir uns auch ein egal was noch darum steht man muss sich ja wieder mit mir ich muss ja den ja sonst zu fuß abholen das geht nicht genau also dann kannst du dann die sähmaschine anhängen die oben stehen du machst da raps rein und wirst dann auf 26 27 28 raps ansehen also hier die kleinen auf sozusagen unten drunter die sind alle geflügt die sind alle fähig und passt also alles raps oder wie sieht das aus mit anderen früchten und so kann man erst noch keine ansehen jetzt um die jahreszeit und zweitens sind die kleinen dann gut aus dem höchst aber gut pappeln gras ölrettich vielleicht oder so das ging ja noch auf gar keinen fall mit sicherheit nie wieder an zu pflanzen und ölrettich macht auch keinen sinn ja das macht keinen sinn klappt das ja mit dem striegel und der wunderbar eigentlich nachseeapparat sein jetzt mal wunderbar das geht tipptopp weil der sät ja eigentlich sag ich jetzt mal nur nach der tut überall hier sind die schläuche überall der war es genau wie die sämaschine alle alle 70 zentimeter also mann nein 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 das passt ich weiß und meine melodie hat so nicht geglaubt aber es geht ja wunderbar naja wir gucken wir mal was aufgeht mehr und wie viel auf geht das geht auf hundertprozentig also irgendwo soll ich irgendwas einsehen richtig ja sagen 27 28 und eine sämaschine mit mit wer ist das ding jetzt kreiseleger steht oben auf dem hof ich guck mal was ich da so finde wenn ich nix finde man feiern genau und sagt müsste eigentlich in der ecke stehen mit reinkommen sind die halle links haben wir nichts da ist da wärst du mal du nicht liefern musste ich dann liefern wenigst haben er muss gar nichts nein das ist aber schwach so wird erst hoch liefern du fürs wiederholen abwohnen oder was wirklich ja das kann ich mir vorstellen das bringt aber ein effektiv nicht viel doch mitverbrauch ja für mich ja genau du weißt wird kosten sind ziemlich hoch oben eben deshalb wäre das sehr schlecht desto weniger wir durch die gegend fahren müssen desto besser ist hat kostet der diesel moment war muss er zahlen ich denke mal zwei euro zwei dollar mein gott ist ja verdammt viel geld ne ja aber ich werde die sobald unser unser dieser denn jetzt hier und der klack wieder raus schickt stehen tanken der kennt sich aus mit der tankstelle ok genau aber du weißt schon nicht positiv gesehen mit den tankstellen wieso er kennt sich nicht positiv mit dem tankstelle aus der tuch wenn er sich für 60 euro bei so lange sitzen geht dann ist doch egal wie lange findet tankstellen sitzen geht dann alle nach schön tanken und dann können sie wieder gut aber er kommt ja immer wieder denke ich war ich hoffe mal lassen sie die leinen mal denke ich los oder da haben wir hat doch ein bisschen mehr mitgenommen bis der stelle hat hat er einfach nur ein paar null verschwiegen kann auch das das glaube ich auch mittlerweile ja ja ich gucke mal was ich finde und was ich denn da rein mache ist das was ich dann finde genau also klar so weiter geht's passt 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 kann man da dann nichts anderes ansehen das ist mist so hat der ferguson der kalken kann das ist gut dass das sagt dass das hier müller ja könntest du dann noch mal arbeiter zum feld schicken wegen dass der weiter steine sammelt weil ich habe einen wichtigen termin heute zornatzen so und ich müsste da dann gegen drei viertel abhauen ja ich würde das wahrscheinlich selber machen kein problem ich habe es halbe fällt es ist nie mehr allzu viel da sagt dein bruder mal der soll falls das stört dann weitermachen mit steinen sammeln ich komme dann direkt über welche fertig bin ja es ist nie mehr viel die linie habe schon halbwegs gerade getroffen muss ich sagen hätte ich nie erwartet aber ja dass du beschädigst alles klar gut ja okay schon mal ein vorausschau er hat was die getroffen oh gott mir kauf schon wieder ich bin wieder ganz klaus gefühl im magen gegen das wieder los ist ja 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 das ist das wundert mich sowieso dass ich auch jemand was schaffen kann ja dann wie gesagt sagte ein bruder bescheid wenn der steine sammler stört wenn er darüber sät sondern soll die steine dann weg machen ich komme dann aber sofort ich habe noch genug wohlfühl zu tun also das passt er hat noch ordentlich zu tun wunderbar perfekt hier drüben ist alles klar mache ich perfekt da muss bis nach die folge fertig machen aber da wird wieder ewig nicht fertig ich mache es aber Und die breite von dem anderen, das muss da nicht hinfahren, dass man den Weg ungefähr hinbekommt, bevor er da Steine im Weg hat. Das müssen wir gleich wieder auffüllen. Aber die ist sparsam. Mit 300 Liter kommst du schon ein gutes Stück hin. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn der Dock jetzt recht hätte. Jetzt wird wirklich nur alle 70 Zentimeter, bis der Raps aufkommt. Das wäre schlecht. Das wäre nicht zu günstig. So. Aber gut, meine lieben Freunde, bis dann weiter geht es in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da an, Aube wäre ein Däumchen. Und wenn ihr uns reden wollt, dann kommt ein TeamSpeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und ansonsten schreibt einfach einen Kommentar drunter, dann kriegt ihr natürlich auch Bescheid. Bis dahin, haut rein. Tschüss.